Übrigens, ich bin polyvolent und ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ich bin darin so gut, dass ich jetzt dir gleich zeige, was die nächsten Schritte sind. Hast du solche Sachen auch schon wieder gehört und du merkst, die Menschen sind noch stolz darauf? Weisst du was? Innerlich zerreisst es diese Menschen, weil es ist physisch gar nicht machbar. Aber wie das genau aufgesetzt ist, das möchte ich dir gerne heute zeigen. Im Übrigen, ich werde dir gleich noch sagen, was Vigilanz ist und wie du das jetzt in dein Leben einsetzt, dass es eben danach besser wird. Und dazu habe ich einen Experten heute eingeladen. Ja, du hast es richtig gehört. Ich habe einen Experten eingeladen, ich habe keine Kosten gescheut und werde dir nämlich auch gleich Stefan vorstellen, wo er uns auf ein Thema mitnimmt, wo ich ganz spannend finde, nämlich die Aufmerksamkeit. Und wie du es schon in der Leitung gehört hast, kommen da ganz viele Sachen dazu. Im Übrigen ist dir aufgefallen, dass viele Frauen immer wieder sagen, dass sie Sachen gleichzeitig machen können. Ob denn das stimmt, das werden wir heute übrigens auch noch auf die Schliche kommen, weil Stefan wird dir einiges jetzt erklären. Und ich rufe ihn gleich mal an. Wunderbar. Hi Stefan, du, es ist soweit, ich mache jetzt gerade so mein Live-Video und es wäre toll, wenn du jetzt reinkommen könntest und uns da eben erzählst. Ist das okay? Sehr gut. Also schaut mal, Stefan ist da und ich kopple ihn gleich hier mit meinem wunderbaren Tool. Jetzt ist es gekoppelt und Stefan kann es loslegen. Hey, ich bin Stefan und ich habe ein super interessantes Thema für dich, das Neuropuzzle. Es geht darum, wie unser Gehirn Aufmerksamkeit steuert. Hört sich spannend an, oder? Ja. Lass uns gleich loslegen. Stell dir vor, Aufmerksamkeit ist wie ein Scheinwerfer, der sich auf verschiedene Dinge richten kann. Manchmal ist er auf alles um uns herum gerichtet, manchmal konzentriert er sich auf bestimmte Dinge. Und es gibt vier Knöpfe, mit denen unser Gehirn diesen Scheinwerfer steuert, wie wach wir sind, wie neu oder interessant etwas ist, wie wir uns automatisch auf etwas ausrichten und wie wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren. Wichtig. Interessant ist, dass wir diesen Scheinwerfer nicht einfach stärker machen können, um mehr Dinge gleichzeitig zu beleuchten. Nein. Er kann immer nur auf eine Sache gerichtet sein, aber dafür ziemlich schnell von einem zum anderen springen. Ach so. In einem Experiment haben Wissenschaftler Leute gebeten, sich Bilder anzuschauen und zu entscheiden, ob es Innen- oder Außen-Effnahmen sind. Gleichzeitig wurde gemessen, wie aktiv ihr Gehirn war. Nach dem Experiment wurden sie gefragt, an welche Bilder sie sich erinnern konnten. Und siehe da, je aktiver ihr Gehirn, also der Scheinwerfer, war, desto besser konnten sie sich erinnern. Spannend. Das bedeutet für uns, je mehr wir unsere Aufmerksamkeit auf das konzentrieren, was wir lernen wollen, desto besser können wir es uns merken. Also gib dein Bestes, um den Scheinwerfer auf das Wichtige zu richten und lass dich nicht ablenken. PS, du schaffst das. Behalte den Fokus und entdecke die spannende Welt des Neuro-Puzzles. Ha, spannend. Und übrigens, das bedeutet viel anders, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und jetzt weisst man auch, das Hirn kann das, nur sich auf eine Sache zu konzentrieren. Aber das Clou dabei ist, er kann ziemlich schnell von A nach B swappen, um eben hier, dass es das Gefühl dir gibt, überall alles zu machen. Denn viele Menschen machen ja immer alles gleichzeitig. Und verwundern sich dann, wenn es nicht läuft. Erstens, sie fühlen sich dann ein bisschen müde, vielleicht kennst du das. Zweitens, sie werden dann sehr vergesslich, vielleicht kennst du das. Drittens, sie beginnen dann ein bisschen aggressiv zu werden, so knurrig. Wann kommt das Viertens? Ja, viertens ist, sie bemerken jetzt, dass sie ihre allwunderbaren Momente, die sie aufgebaut haben, also all ihre wunderbaren To-Tool-Liste, die sie haben wollten. Du kennst es ja, Anfangsjahr möchten wir immer so gerne neue Sachen kreieren und dann bauen wir uns so Ideologien auf und Ziele. Und genau diese werden sie jetzt über Bord werfen. Wir kennen das, also du kennst das unter schlechte Gewohnheiten. Die kommen jetzt nämlich. Dann kommt Fünftes. Du kommst jetzt zu einer richtigen Krise und merkst, es geht nicht mehr. Selbstabotage ist jetzt drin. Dann kommt Sechstes. Du hast das Gefühl, alle anderen sind schuld, weil du suchst der Schuldige im Aussen. Figgilanz. Ja, das ist Manipulation, also hast du zumindest das Gefühl. Dann kommt jetzt das Siebtens. Du merkst, deine Familie geht langsam von dir weg und auch deine Kunden oder auch dein Lohn geht weg, also dein Job geht auch langsam weg und dann kommen die nächsten und nächsten Schritte. Und das ist nichts anderes, als weil du immer wieder das Gefühl hast, alles gleichzeitig zu machen. Und jetzt merkst du, das ist ein völliger Blödsinn. Und das Tolle daran ist, das Hirn ist ja gar nicht daran aufgelegt. Wenn du jetzt das Wissen hättest, würdest du nämlich das gar nie tun und es würde dein Leben ganz andere Bahnen folgen. Und das ist ja das Schöne dabei. Und da möchte ich dich gerne eben auch mitnehmen, weil das sind all diese Hintergrundinformationen, die du brauchst für das Nächste. Weil ich habe mir mal die Frage gestellt, warum haben denn genau die Frauen das Gefühl, dass sie unbedingt so viele Sachen gleichzeitig machen müssen? Weil ich höre das immer wieder, ja weisst du, die Männer, die können ja nur eine Sache gleichzeitig machen, kennst du wahrscheinlich. Und die Frauen, die können ganz viel miteinander machen. Die müssen ja putzen, waschen, kochen, stillen, Job machen, Hausarbeit und und und. Übrigens, nicht falsch verstehen, ich war auch mal Hausmann, also ich kenne das. Und merken dann, irgendwie läuft es nicht. Und wie gesagt, ich kenne ganz viele Hausfrauen. Und ich kenne ganz viele Frauen, die auch Alleinerziehende sind. Die kommen dann immer zu mir und sagen, Alex, hilf mir. Und da höre ich immer, Alex, ich bin kurz vorm Ausbringen. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Kein Plan da, Vigilanz. Das ist das Resultat. Wir können eine Sache gleichzeitig machen. Und hört jetzt mal auf, immer diese wunderbaren Sachen, wo du denkst, immer alles für die andere Sachen machen. Das kreiert dir Stress. Du bekommst Angst, Panikattacken, das macht alles keinen Sinn. Im anderen ist, warum haben denn die Frauen das Gefühl, übrigens sind ja nicht nur immer Frauen, sind auch Männer, immer das Gefühl, gleichzeitig alles zu machen. Wie ist das entstanden? Und da kann ich dir eins sagen, seit ich die Profile-Rack, die mache und seit ich über 20.000 Menschen gelesen habe, sehe ich es immer wieder und es ist immer das Gleiche. Sie haben nie gelernt, wie ihr Hirn funktioniert. All diese Informationen hier, wo ich dir jetzt zeige, Vigilanz, das kennen sie nicht. Und sobald ich ihnen mal das zeige, wie dir jetzt heute, dann fallen allen wie so Schuppen von den Augen und sagen, hey, wow, warum wusste ich das nicht schon davor? Ja, kein Plan. Hast dich vielleicht nie daran interessiert? Ja, man könnte sich ja mal weiterbilden. Ja, stimmt. Und dann geben sie dann auch den Schulen Schuld, weil das jetzt vom Aussen ist und du kennst ja die Reihe folgt. Und da geht es da weiter. Macht aber keinen Sinn. Aber ja, warum ist es entstanden? Weil die Menschen lernen Folgendes und jetzt spoil ich ein bisschen voran. Das sind jetzt Tools, wo dann in späteren Videos und Podcasts auch noch folgen. Wir lernen von Beobachtern schauen. Das bedeutet, jeder Mensch, deine Mama, deine Papa, du hast halt geschaut, was sie tun. Die haben auch das gemacht, eben das Negative von Vigilanz und nicht gelernt, was Vigilanz selbst ist. Du weisst, was das ist. Und konnten eben auch da ihre Sache nicht umsetzen. Und jetzt kann man sich mal überlegen, ist eigentlich noch spannend. Jeder Mensch hat das Gefühl, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Sie werden ihre Ziele nicht erreichen. Sie werden selbstständig auch noch ausbrennen und sind dann kaputt. Das ist ja die beste Version von den Menschen, weil die lassen sich jetzt ganz einfach führen. Die kommen mal auf die Welt, die lernen Sachen kennen, dann von dem eigenen Umfeld lernen sie all diesen Schwachsinn und werden schlussendlich dann früh auch sterben. Wunderbar. Und alles andere ist dann für die anderen Menschen, die aber wissen, wie es geht. Und wenn du es auch wissen möchtest, wie es geht, dann hört dich das wieder bis zum Ende an. Und du wirst jetzt dann schlussendlich auch zu diesem 10% gehörenden Menschheit, der eben weiss, wie ein Hirn funktioniert. Im anderen ist, das Hirn ist ja nicht ausgelegt, wie du heute gehört hast von Stefan, dass es mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Es ist aber sehr schnell beim Swappen, also vom einen zum anderen. Das bedeutet, diesen Scheinwerfer darfst du ruhig immer auf etwas richten. Weil ich höre auch immer wieder alles, ich kann nicht lernen, ich bin zu blöd oder ich verstehe das nicht. Dann lass doch einfach mal diesen Scheinwerfer, wie glanz heisst das, auf ein Thema werfen und bleib dabei. Umso länger dein Scheinwerfer dahin scheint, umso mehr Konzentration baust du auf. Umso einfacher ist es, das Ganze aus allem Betrachtungswinkel anzuschauen, um eben auch schlussendlich zu verstehen oder nur eine Ahnung davon zu haben, wie es funktioniert. Und ich kann dir eins sagen, es ist der Schlüssel für viele Ziele oder Erfolge, dass du einfach das schlussendlich auch umsetzen kannst. Im esoterischen Bereich heisst es ja, die Aufmerksamkeit folgt der Energie. Das ist das Gleiche wie Vigilanz. Denn das bedeutet hier, dass wir eine Aufmerksamkeit bilden, wie zum Beispiel hier diese Taschenlampe mit diesem Kegel am Boden und dann dahin gehen, weil deine Energie folgt eben. Nur bis heute habe ich eben noch nie so richtig gesehen, dass die esoterischen Bereiche das Ganze auch wunderbar erklären können, dass du es auch verstehst. Seit ich jetzt lerne, diese zwei Parts zusammenzuführen, und das ist ja das Grosse bei mir, weil ich liebe das zu machen, dass ich einen emotionalen Part, wie auch den rationalen Part, das ist der rationale Part, der emotionale Part ist die Energie, zusammenführe, dass alle Menschen das verstehen können. Seit ich das tue, lerne ich nicht nur schneller, sondern meine Kunden skalieren extrem, weil sie jetzt einfach auch wissen, wie ihr System, also ihr Körper, ihr Mindset, ihr Verstand, ihr Gehirn aufgebaut ist. Und das gibt ein gutes Gefühl. Zu bedeuten, hey, ich muss nicht mehr alles gleichzeitig machen, das ist nämlich Schwachsinn. Ich kann mich jetzt auf etwas konzentrieren, wie Vigilanz, dass ich schlussendlich auch das viel besser umsetzen kann. Im anderen wollte man vielleicht auch nur immer die Frauen klein halten. Das ist gar nicht schlecht zu betrachten, also despedierlich zu betrachten, denn in der Schweiz gibt es noch nicht lange das Wahlrecht für Frauen. Das ist echt extrem, also krass zu sehen. Auch in anderen Generationen oder Ländern, ich bin in vielen Ländern umhergereist, ich war in vielen Kriegsgebieten, wie du weisst, war ich über 20 Jahre als Elitesalte dort unterwegs und habe halt viel gesehen, wie die Menschen da mit Männern und Frauen umgehen. Und es ist bis heute noch für viele Schweizer und Europäer wahrscheinlich nicht zu denken, dass Frauen nicht überall ein Wahlrecht haben. Sie haben zum Teil auch gar nicht das Sagen. Und daher ist es auch wichtig, dass wir jetzt lernen, wie das da oben funktioniert. Und ich habe mir halt die Idee geschaffen, wenn wir es dann schon nicht gelernt haben in der Schule, dann kann ich wenigstens hier auf meinem YouTube-Kanal oder meinem Podcast genau dir erklären, wie diese Sachen funktionieren. Ich bin jetzt gespannt, ob du das Wort eigentlich gekannt hast, dann schreib es gleich unten rein, oder wie du damit umgehst, weil ich finde, es kann nicht sein, dass man eine Gruppe von der Menschheit so manipuliert, dass sie eben das Gefühl haben, sie sind nichts wert. Und das erlebe ich tagtäglich in der Profiler-Akademie, wo ich Männer und Frauen begleite und sie das Gefühl haben, sie können nicht lernen, sie seien zu dumm und sie können nicht umsetzen. Übrigens, meine Kunden sind innovative Menschen und Gründer. Ich habe viele, viele Geschäftsführer, die genau das sagen. Auch wenn du jetzt denkst, ja, was hat denn da für Kunden? Genau solche. Es sind Multimillionären bis Millionären, Menschen, die Hunderte von Menschen führen und auch ganz kleine, die Coach-Trainer-Berater werden möchten. Wenn du diese kleinen Schritte nicht kennst, wirst du auch grosse gar nie machen können. Wegen dem ist mein Fokus auf ganz kleinen Schritten, auf den Grundbasisbausteinen aufgebaut, wo wir lernen. Also beginnen wir nicht, alles immer gleichzeitig zu machen, weil das bringt nichts. Wisser, dass wir das Schritt für Schritt machen und genau so ist ja auch unser Hirn aufgebaut. Erinnere ich daran, was Stefan gesagt hat, wir können uns auf eine Sache konzentrieren, wir können nicht Sachen gleichzeitig machen. Wir können aber schnell swappen. Das heisst, wir können eins nach dem anderen machen und so können wir uns aufbauen. Und jetzt kennst du auch ein Fremdwort. Es hat mich gefreut, dass wir das zusammen gestalten durften, auch umsetzen. Die neue Chance, wie du jetzt das einsetzt, ist, beginne einfach jeden Tag nur etwas zu machen, nacheinander. Hör auf mit 20 und 30, Du-Liste, ein Meeting nach dem anderen. Nein, das bringt nichts. Komm lieber mit einem Thema rein und beginne mit dem, überall das zu platzieren. Das bringt viel mehr. Und übrigens, das mache ich ja auch. Denn ich habe jetzt hier diesen Podcast aufgenommen und werde darauf auch einen Newsletter machen und da wird es darauf auch Social Media Posts geben. Einfach, dass die Menschen aufmerksam werden und das ist mir wichtig, dass du das kennenlernst. Übrigens, ich habe davor Vigilanz auch nicht gekannt, aber Stefan hat es mir eben so gut erklärt, dass ich das ganz schlussendlich auch aufbauen konnte und ich liebe es, dass wir hier diese Interaktion haben, diesen Dialoge. Das ist übrigens auch ein nächstes Neuropuzzle. Mensch liebt Abwechslung und er kann viel schneller und effizienter lernen. Aber wie das genau geht, das werde ich dir in einem anderen Video zeigen, wo du auch noch viel mehr Informationen dafür bekommst. Bis es soweit aber ist, wünsche dir einen ganz tollen Mittag, einen ganz tollen Morgen, einen ganz tollen Abend, wo du auch immer bist und wenn du Freude vor Augen hast, dann komm auf meine Webseite und schau dich genau an oder mach diesen Menschentypen-Test. Ich liebe es, weil da wirst du noch viel mehr solche coole Tipps erfahren. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Dein Swiss-Profil Alex Huschler.